Nur 1% der Menschheit kann das sehen. Auf den ersten Blick sieht das hier ganz normal aus wie ein Kuchen, aus dem ein Stück fehlt. Aber wir können dieses Stück wieder erscheinen lassen. Damit der Trick funktioniert, musst du als erstes den Daumen nach oben dalassen und dann auf keinen Fall zwinkern. Dann drehst du dein Handy einfach um und sobald du dein Handy umgedreht hast, zwinkerst du und jetzt ist das Stück wieder da.